Mit seinem neuen Live-Programm Sascha Grammel live. Fast fertig ist der Puppenspüler und Bauchredner heute im Fernsehen bei RTL zu sehen. Dieses Mal verschlägt er Sascha Grammel und seine Puppen auf eine einsame Insel. Mit dabei ist unter anderem Puppe Friederik, Freiherr von Furchensumpf. Mit ihm hat Sascha wie üblich chemische Dialoge, du siehst aus wie Captain Jack Sparrow, so der Bauchredner. Du siehst aus wie der Flucht der Karibik, entgegnet Puppe Friederik im Trailer. Alle Infos zu Sascha Grammel live. Fast fertig finden Sie hier in der Vorschau. Das neue Programm war bereits Ende Januar 2020 im Fernsehen zu sehen. Nun zeigt RTL die erfolgreiche schon nochmal, und zwar am heutigen Donnerstag, 26. November 2020, um 20.15 Uhr. Normalerweise sind RTL-Sendungen vor, üblicherweise über Premium, und nach der Sendung oft nur zu sehen. Für Sascha Grammel live. Fast fertig gibt es allerdings noch keinen Platzhalter. Wer es eilig hat, kann sich auch die DVD zur Sendung zulegen. Sie ist seit einigen Monaten im Handel erhältlich. Wieder entführt Sascha seine Zuschauer in seine eigene Welt, dieses Mal geht es auf eine Insel. Passend zur Umgebung gibt es auch neue Puppen, wie Pirat Friederik, Schildkröte Jussi, Katzenfischmitte und seine bisher kleinste Puppe, der Schrecken der Meere. Außerdem ist die bisher größte Puppe zu sehen, das Känguru Achim Spironsig. Hier finden Sie den Trailer zur Serie, Sascha Grammel live. Fast fertig. Sascha Grammel wurde am 19. Februar 1974 in West-Berlin geboren. Obwohl er bereits früh seine Liebe zu Performance und Comedy erkannte und Mitglied des magischen Zirkels Berlin war, machte er erst eine Ausbildung zum Zahntechniker. 1997 machte er dann schließlich sein Hobby und Nebenverdienst zum Beruf. Mittlerweile ist Sascha Grammel Bauchredner aus Leidenschaft. Seine Shows sind regelmäßig ausverkauft. AZ